Einen wunderschönen guten Morgen meine Lieben, ich bin Rena und heute ist die Tageskarte wieder da, heute ist Montag meine Lieben, neue Woche fängt an und gleich hole ich noch die Engelbotschaften, ich drehe die um, weil jedes Mal, so, ich hoffe du hast schon gewählt deine Botschaften, und wir schauen, die erste Stapel meine Lieben, was sehen wir hier, was erwartet dich heute, eine Entscheidung zu treffen, vielleicht Liebeserklärung, vielleicht liebevolle Begegnung, vielleicht hast du ein Date heute, vielleicht lernst du jemanden kennen, vielleicht Möglichkeit ist auch sich zu verlieben meine Lieben, ein tolles Gespräch könnte auch sein mit der Familie, mit der Freunde, mit Kollegen, Atmosphäre ist liebevoll, Aber heute musst du irgendwie welche Entscheidung treffen, das ist sehr sehr wichtige Entscheidung, Entscheidung, die soll von deinem Herzen kommen Der Engel der Lichts Lass dich vom Licht der Sonne inspirieren, die schenkt dir Kraft und Energie Bitte deinen Engel, dich mit mehr Licht zu erfüllen, damit du das Strahlen verbreiten und die Wärme mit anderen teilen kannst Lass dein inneres Licht immer intensiver werden, so wirst du auch deine Ziele klar erkennen können Die Botschaft deines Engels Bist du im Licht, wirst du dir die engelshafte Erleuchtung gewiss sein Passt, oder? Passt Strahlen, hier ist auch, hier ist sogar Regenbogen Wow, schön, viel Glück auf jeden Fall, sehr schönen Tag hast du heute Die zweite Karte, meine Lieben, heute, du hast den Teufel gezogen Verführung, die niedrigste Wünsche, kann sein, erotische Wünsche hast du, Träume hast du Vielleicht jemand verurteilt dich, vielleicht du jemanden verurteilst Eifersucht ist auch gehört zu dieser Karte Wut, die schlimmsten Dinge kommen heute raus, meine Lieben Vielleicht kommt die Möglichkeit, schnell Geld zu verdienen Schnell mit jemandem Affäre anfahren und so weiter und so weiter Aber, meine Lieben, immer musst du Konsequenzen ziehen Bitte im Voraus denken, was du tust heute Sei bitte wirklich Vorsicht, weil kann sein, jemand gegen dich Jemand mag dich nicht, jemand will dir etwas Böses antun Aufpassen bitte Der Engel der Kraft, das ist gut, dass du hast heute Engel der Kraft zu widerstehen Es sind die kleinen, unscheinbaren Dinge, die uns immer wieder Kraft verleihen Ein Sonnenstrahl nach einem Gewitter oder ein liebesvolles Lächeln Innere Werte wie Offenheit, Vertrauen und Dankbarkeit festigen dich dabei Wenn du all diesen Dingen deine Aufmerksamkeit schenkst, kannst du gelassener werden und gestärkt mit dem Engel an deiner Seite voranschreiten Meine Lieben, auf jeden Fall, der Engel der Kraft, er wird dich heute unterstützen Er gibt dir Kraft, aber gib ihm die Chance Erinnere dich an wunderschöne Momente in deinem Leben An liebevolle Momente, an lächelndes Kind, wie hier steht, an strahlende Sonne Und nach dem Gewitter zum Beispiel an Regenbogen Alles wird dir Kraft verleihen, meine Lieben Und dein Engel steht dir heute beiseite Meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag Einen tollen Start in die neue Woche Und ich hoffe, ihr schreibt mir eure Kommentare Und alles Gute, meine Lieben und alles Liebe Herzlichen Dank, Tschüss Baba